Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu LittleBigPlanetTroy mit dem lieben Maggo, der ein bisschen entnervt ist, weil er mir das Endlevel machen muss, ne? Naja, dass man sie zu zweit machen kann, weil... Naja. Ist ein bisschen doof. Ich find's schon extrem komisch, dass er das Endlevel bei mir Ice Horst spielen sollt. Also ich bin der Horst und er spielt's bei mir. Wieso ich nicht selber? Egal. Wir sind deswegen einmal komplett rausgegangen, ob das vielleicht daran liegt oder daran gelegen hat. Probieren wir halt jetzt aus. Vielleicht sind wir ja jetzt jedes Mal zu zweit unterwegs, dann haben wir noch mehr Probleme. Ja. Weil dann gehen uns noch schneller die Leben aus. Aber du bist ja mittlerweile trainiert bei der ersten Sequenz, oder? Naja, es geht. Also dort, wo diese Schrauben kommen, da war ich froh, dass ich ein paar Mal gestorben und dann Ruhe hatte. Gut hast du, ja. Aber dort ist es ja Wurst, danach hast du ja, glaube ich, wieder volle Leben. Mhm. Dann hast du im Prinzip einen neuen Christ, den du lehren kannst. Ja. Aber ohne Scheiß, das Level zu spielen, ohne zu sterben, wäre extrem krass. Ja, es gibt bestimmt Freaks, die das schaffen. Ich guck mal lieber Japan an, aber das schaffen welche. Ach, da gibt's auch Deutsche, die das machen. Glaub es mir. Ja. Es gibt Leute, die wollen einfach alles schaffen. Oh. Ja, du darfst es wieder alleine machen. Ja, ich bin gerade, ich bin jetzt einfach ruhig. So. Er macht sich klein, er macht sich groß und springt durch. Ja, er schafft es. Hat bis jetzt noch kein Leben verloren und die erste Bombe steht auch schon bereit. Er fliegt zu Swoop leider zu kurz. Er kommt nicht hin. So, nochmal, zweiter Versuch. Er kommt wieder nicht an die Bombe. So, dritter Versuch. Und wieder nicht. Das hängt er gut wieder an. Jetzt hängt er an der Bombe. Super. Das war zu spät. Na ja, nochmal das Ganze von vorn. Er macht sich groß. Er kommt da unten durch, oder? Ja, ja, er ist klein genug. Er wird groß und springt durch die Fensterscheibe. Und Swoop kommt auch schon wieder um die Ecke mit der nächsten Bombe. Huch. Die man doch irgendwo erwischt. Super. Er hat sie. Er kann sie in den Schlund bringen. Nein. Immer manchmal in der Ehrenrunde. Ja, er dreht noch eine Ehrenrunde. Das ist die zweite schon. Na gut, solange man kein Leben verliert, geht's. Aber. Ja, dann geht's schon. Die erste Sequenz läuft ja bei dir schon. Ja, irgendwann hat man's dann doch, ja. So, super. Er springt rüber. Er holt sich die nächste Bombe. Jetzt hat er sie. So, wirft er sie dieses Mal in den Schlund. Ja, er schafft es. Bums. Perfekt. Ja, jetzt wird's kackig. So. Mitte. Rechts. Okay, ist immer dasselbe, ich glaube. Nee, nee, jetzt mal... Ja. Hm, jedes Mal rechts. Super. Ja, Entschuldigung. Oh, zu weit. Das war wirklich zu weit. So, egal. Das kriegst du hin. Super. Oh. Ja, zu früh groß geworden. Aber egal. Zubi kommt auch schon wieder um die Ecke. Ja, perfekt. Der hat's in der Hand. Da lang. Schieb rüber. Ja, Entschuldigung. Oh, ich dachte schon. Mit X kann man's ein bisschen besser steuern. Oh, zu wissen. Okay. So, das ist das, was ich nicht habe. Schön langsam nach rechts rüber. Ja, jetzt wollte ich springen, ja. Schön Zeit lassen, dass ich ihn nie ewig machen muss. Oh, genau das erwischt, wo er runterkommt. Das ist echt blöd. Jetzt, ne? Ja, ja. So, rechts. Mitte. Link. Nein. Oh, die Lücke nicht getroffen. Okay. Swoopy kommt. Swoopy kommt. Swoopy kommt. Gib her. Danke. Super. Perfekt. Immerhin etwas. Ja, und Swoopy fliegt hinterher. Komm. Oh, das kriegst du schon wieder machen. Ja, das kriegst du hin. Ich glaube an dich. Jetzt R1 ist Sturzflug, ja? Nur nochmal sicher zu gehen. Ja, R1 ist Sturzflug. Oh, zerdrückt. Jetzt ist aber echt, da ist man ja schon relativ zügig unterwegs, aber. Ja. Und wohl nicht zügig genug. Ja. Man muss mal in die Jallinie fliegen. Nein. Oh, Mensch. Da musst du im letzten Moment noch so rausziehen. Hm. Kennt man. Ja, ja. Ein bisschen. Oh. Manchmal sind die Kugeln aber auch anders, wenn du dort bist. Ja, klar. Das ist blöd. Weiße. Dann bleibt er an der Magenflüssigkeit hängen. Ja, das bleiben wir wohl. Oder ich. Geier Sturzflug. Super. Nein. Wieder so eine Kackstelle. Ja. Schade. Ja. Aber du kriegst es noch hin. Nein. Ich glaube an dich. Ich nie. Ja. Das Bakterium ist echt fies. Ja. Oder was das sein soll. Was auch immer. Halt nie schön. Ja. Sauber. Nein. Konntest du dich da nicht entscheiden, ob links oder rechts? Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon da war. Ich war ja schon auf dem Weg nach rechts. Also du hast später damit gerechnet. Ja, ja. Oh. Da wollte er die Kurve zu direkt nehmen. Na ja. Egal. Du kriegst es hin. Ich glaube jetzt an dich. Ja. Nein. Wieder die Ecke. Na ja. Egal. Komm. Erneut spielen. Jetzt spiel doch mal mit. Ja, ich will doch. Ich will doch. Nein, nein, nein. Mir jucken die Finger und ich bin nur zum Zuschauen verdonnert. Ja, ich finde das echt ganz eigenartig, muss ich sagen. Ja, ist wirklich sehr eigenartig. So. Level startet wieder mal neu. Ja. Wir könnten aber auch was anderes machen, wenn das wieder nicht funktioniert. Äh, könnte man was anderes machen. Also Punkte, Blasen schon mal sammeln und vielleicht aufs nächste Update warten. Vielleicht fixen die das dann. Das kann auch sein, ja. Weil das ist schon sehr, sehr, sehr ärgerlich, dass man das nicht zu zweit spielen kann. Ja. Und zumal da kam jetzt erst ein Update, wo man dachte, das ist endlich mal ein großes. Passes. Ja. Aber nö. Nö. Wollten sie nie. Nö. Haben sie wohl noch nicht gefunden. Die gehen Level für Level weiter mit den Patches. Ja. Du bist schon wieder allein. Geil. Ja, komm. Vielleicht kriegst du es ja hin. Vielleicht. Ich drück dir nochmal die Daumen. Und er macht die Bombe. Und. Da rein. Ja. Gerade noch rechtzeitig. Rene Güte. Keiner wärst du dran explodiert. Ja. Jetzt glaube ich hier lang. Ja. Und jetzt glaube ich da lang. Oh. Und dann nur noch eins. Das ist so bescheuert. Na ja gut. Für einen Durchlauf. Eins verloren. Geht eigentlich. Ja. Gut früh gesprungen. Huh. Super. Oh. So weit rüber gekommen. So. Nach links oder rechts. Boing. Hui. So. Jetzt kannst du die Bombe holen. Zwei Leben verloren. Nein. Für einen Versuch. Zu niedrig. Hat er. So. Super. Perfekt. Tag. Super. Du hast erst zwei Leben verloren. Für zwei Durchgänge. Ja. Hier wird es jetzt mehr. Aber. Was soll's. Ja. Ich guck immer nach oben. Das ist. Du kannst es dir ja leisten. Ja. Hier kann man sich das schon durchaus leisten. Das stimmt. voll dagegen gerannt. Naja. Komm vor. Komm. Und jetzt da durchknüffeln. Nein. Doch. Ja. Ich dachte ich bin runtergefallen. Ja. Dachte ich im ersten Moment auch. Links oder rechts. Prost machen. Sauber. Hab ich doch. Ja. Ich helfe dir doch nur. Ich bin Supporter hier. Geh per. So. Schütti. Und. Yes. Swoopy. Jetzt kriegst du es hin. Komm. Dann bleibt ja nur noch Otzok dann. Super. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Super. Sturzflug. Nein. Wenn du dich nach unten gezogen hättest, hättest du es geschafft. Ich war ja auf dem Weg nach unten. Aber war echt ein guter Run. Du kannst es. Glaub an dich. Ich glaube auch an dich. Bloß die Klappe halt nicht. Wer? Ich? Ich. Also. Nein. Ja gut. Du kannst ruhig die Klappe halten. Ich kommentiere das Ganze schon. Du machst das. Ah. Was für ein geiler Sturzflug. So schnell war noch kein Vogel vor ihm. Oh. Super. Bombe ist weg. Er macht eine schöne Kurve. Er schneidet gut an. Hä? Ah. Und dann bleibt er an einer Mikroecke hängen. Na gut. Wir haben noch ein paar Versuche. Er schafft das. Ich baue ja keinen Druck ab. Aber er schafft das. Ich glaube an ihn. Er ist der beste Gamer, den ich je gesehen habe. Und deswegen muss er sowas können. Oh. Sie. Ah. Scheiße. Der steht mir noch nie vorbeigekommen. Ja. Aber. Du kommst halt auch schön langsam schon gut hin. Also. Es ist nicht mehr so schwer bei dir. Oh. Da kam der Magenschleim zu nah. Da wollte er schnell sein. Ne. Eigentlich nie. Aber. Ich stelle dich in gutes Licht. Und du zerstörst wieder das Bildnis. So. Er stürzt sich zu Boden. Quer in den Magen. Verdauend im Schnelldurchgang. Oh. So. Nein. Ach. Unten. Da bin ich zu weit nach links vorhin vorher. Das ist sehr eng bemessen. Muss ich sagen. Da brauchst du Glück und Skill. Ja. Beides bei Mako nicht unbedingt vorhanden. Ne. Aber du kommst schon echt gut immer zu der Stelle hin. Muss man echt zugeben. Nein. Das war. Oh. Der Schnabel hat schon rausgeguckt. Der Schnabel hat schon rausgeguckt. So. Jetzt kommt der Dua hier. Oh. Wieder die Ecke. Na gut. Wieder die Ecke. Naja. Egal. Dann geht es halt. Ja. Die nächsten Folgen erstmal. weiter mit mit ähm Bubbels holen. Und das restliche Spiel machen. Äh. Vielleicht können wir ja das beim nächsten Update spielen. Oder wir haben andere Möglichkeiten, wie wir es machen könnten. Genau. Gut. Okay. Dann deswegen sagen wir Tschau und bis zum nächsten Mal. Tschau.